Wir Grüne stehen für Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern, für Beteiligung von Bürgern und Bürgern in Gifhorn oder in Niedersachsen, aber auch in ganz Deutschland. Und deshalb freue ich mich auch auf die Kommunalwahl, weil dort geht es darum, Bürgerinnen und Bürger auch für Grüne Ideen zu gewinnen. Also packen wir es an!